Ja, hallo Haushaus, ich will mich mal hier aus dem Homeoffice. Ich wollte mich noch mal ganz herzlich bedanken für die wunderbaren Eierlikör von Fairpoten. Das waren die Jungs aus Wiener, das ist in Ostfriesland, bei Leer. Herzlichen Dank dafür. So, jetzt will ich euch mal ein kleines Ding erzählen. Ich habe heute ja beim Training, ich habe bisher ein paar Videos gemacht. Sehr witzige Videos und sehr schöne Videos. Und das sind die Videos, wenn man gewonnen hat und wenn man von oben hoch, von der Spitze runter guckt. Alle freundlich, alles lacht und die Jungs haben ja drei Tage frei, deswegen habe ich ein bisschen mehr gemacht. Ich sage euch eins, das lohnt sich, die sich anzugucken. Glaub mir das. Es ist witzig, es ist schön, es ist der HSV, der neue HSV mit allem drum und dran. Alles klar, bis dann. Ich hau sie gleich rein, ihr könnt euch das Ding angucken. Alles gut. Tschüssi.